Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was hab ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Dieses Haus. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du es dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Verstehst du es einfach nicht? Oder kümmert es dich einfach nur nicht? Ich weiß, dass du und Zoe etwas aussehen. Ich weiß, dass sie etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Nein, nein. Komm nicht hierher. Nein, nein. Komm nicht hierher. Nein, nein. Komm nicht hierher. Denkst du, du . Ich werde dich meinen Babys zum Fraßbohr werfen und den Garten mit den Überresten düngen. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Und was machst du? Wir öffnen unser Zuhause. Sie lebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Du! Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Nimm uns an! Wir wissen, dass wir einiges nicht wissen! Und du, fass verdammt nochmal nicht auf! Nein, 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 nein! Versuch nicht, deinen Teil der Schuld zu entkommen! Da führt kein Weg raus, Fräulein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein Vielen Dank. Vielen Dank. Was haben sie dir angetan, Mia? Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja. Zuerbe genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Die suchen nach dir. Die suchen nach dir. Die suchen nach dir. Das war's. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.